Rentner sollen weiterarbeiten. Hinzuverdienstgrenze für Altersrente fällt weg. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir hatten es Ihnen ja schon in einem Video auf unserem YouTube-Kanal RentenBescheid24.de angekündigt. Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten sollen zum 1. Januar 2023 ersatzlos wegfallen. So ist die Planung im Gesetzesentwurf des 8. SGB IV Änderungsgesetzes. Und zu später Abendstunde hat der Bundestag am 20. Oktober 2022 erstmals auch über den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten beraten. Und eines ist klar, der erkennbare und erklärte Wille der Bundesregierung ist es, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten, bei vorgezogenen Altersrenten, definitiv zum 1. Januar 2023 wegfallen werden. So hat es die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Frau Griese, auch in einer Rede nochmals deutlich erklärt. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Rentnerinnen und Rentner und auch Arbeitnehmer flexibel über ihren Rentenbeginn, über ihren Fortbestand in der Rente und auch über den Fortbestand von Arbeitsverhältnissen entscheiden sollen. Und ich sage, ja, der Wegfall, der geplante Wegfall oder der kommende Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten ist eine sinnvolle Regelung. Wir haben in Deutschland massiven Fachkräftemangel. Und ich finde es auch ganz ehrlich gesagt richtig gut, wenn Sie die Entscheidungsfreiheit haben zu sagen, ich will im Rentenbezug noch weiter arbeiten oder aber ich will einfach nicht mehr arbeiten. Oder Sie entscheiden sich dann möglicherweise später mal für den Beginn einer Erwerbstätigkeit. Das macht es Ihnen dann viel einfacher und auch letzten Endes für Sie eine komfortable finanzielle Situation, wenn Sie de facto monatlich zwei Einkünfte generieren können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und wenn Sie die毒 kräftigen. Jahrhmir